Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 38.000 US-Dollar. Es sieht momentan eigentlich wieder relativ gut aus. Wir haben ja gestern einen kleinen Bounce gesehen hier aus unserer Region um die 36.000 US-Dollar, nachdem wir hier mittlerweile kein tieferes Tief gebildet haben, sondern eher ein höheres Tief. Also wir sind nicht unter dieses letzte Low hier gefallen, die 12 Stunden die Mahnzone hat gehalten, plus unsere Support-Linie von unserem Falling-Broadening-Redge. Auch wurden wir hier jetzt zuletzt wieder rejected, auch an den 4 Stunden E-Mail-Ribbons, die jetzt hier auch mittlerweile verlaufen, Volumen deutlich abnehmen. Es gab keine neuen Infos gestern, sag ich mal, geopolitisch. Biden hat zwar gestern gesprochen, hat gemeint, er will Unternehmen und Bürger wirtschaftlich schützen. Was ihr davon haltet, sag ich mal, lasse ich euch jetzt überlassen, aber für mich klingt es eher danach. Russland wird jetzt als Inflationstreiber dann zukünftig genannt. Die Zinsen bleiben entweder gleich, werden doch nicht so angehoben und es ist einfach ein weiteres Indiz, um weiter Geld zu drucken. Aber gut, lassen wir uns überraschen, das ist zumindest das, was ich gestern so einigermaßen rausgehört habe, wo man dann als Grund sehen kann. Aber gut, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, gehen wir zurück zu den Charts. Wie gesagt, momentan bei 38.000 US-Dollar. Was wird jetzt wichtig? Entweder wir sehen jetzt hier nochmal einen Rücksetzer, konsolidieren es hier in diesen Falling-Broadening-Redge noch ein bisschen und brechen dann hier irgendwann aus. Oder wir sehen jetzt dann schon in den nächsten Stunden einen Breakout, weil momentan es gibt keine neuen News, es tut sich wenig, sag ich mal. Der Markt hat sich jetzt ein bisschen erholt. Auch die Aktienindizes momentan zumindest oder gestern relativ gut im Plus geschlossen. Also auch hier nichts Schlimmeres zu erwarten. Was hier interessant sein könnte, wäre so dieser Bereich um 39.800 US-Dollar. Wir haben hier eine Supply-Zone, wir haben einen Monats-Pivot, der hier noch im Weg ist. Also vielleicht, dass wir noch einen Push in dieser Region kriegen, vielleicht dann noch einen Retest und dann vielleicht die Reisen nach oben hin fortsetzen. Sollten keine neuen News oder sonstiges dazu kommen. Ansonsten sieht es eher momentan, finde ich, nach Seitwärtsphase aus. Die Bereiche da unten würde ich trotzdem mal im Blick behalten. So 34.000, 33.000, 32.000 US-Dollar ist noch nicht ganz raus und sag ich mal. Aber momentan hält diese Zone hier, das ist schon mal extrem wichtig. Aber ein Rücksetzer im Laufe des Tages hier einfach nochmal in die Zone wäre jetzt auch nicht verwunderlich. Je nachdem, wie die Newslage ist oder ob es irgendwas generell Neues gibt. Ansonsten, wie gesagt, entweder Breakout und dann erstmal hier den Bereich um 40 km im Auge behalten. Wenn wir hier einen Rücksetzer sehen, wird es interessant, ob unser Falling-Broadening-Vedge weiterhin hält Preisziel grundsätzlich hier der Beginn dieses Wedges bei ungefähr 41.000 US-Dollar. Also wir haben ein bisschen Luft nach oben. Ob wir das jetzt wirklich gleich schon erreichen. Müssen wir da mal schauen, wie gesagt, Volumen abnehmend. RSI ist noch relativ weit unten. Also wir haben auf jeden Fall Luft, erst einmal nach oben hin zu wachsen. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz Ethereum an. Ethereum, kein höheres Tief gebildet. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar noch ein tieferes Tief gebildet hier drüben. Also wir haben dieses Low hier nicht halten können beim Golden Pocket. Sind unter das Golden Pocket gefallen, haben aber danach sofort eine Gegenreaktion gesehen. Wir befinden uns jetzt wieder darüber. Genau in den 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Volumen deutlich abfallend. Und RSI relativ weit unten. Also auch hier haben wir auf jeden Fall nochmal Luft, sage ich mal, bis ungefähr 2.800 US-Dollar. Aber auch hier ein klarer Downtrend erst einmal. Solange wir hier zumindest dieses Zwischenhoch bei ungefähr 2.760 US-Dollar nicht rausnehmen. Solange bin ich hier auch noch nicht überzeugt, dass das hier wirklich eine nachhaltige Gegenbewegung ist. Erst einmal der 200er SMA liegt hier. Hier ist auch eine 4-Stunden-Supply-Zone. Also hier kommt eine Menge, Menge Widerstand wieder rein. Dafür brauchen wir auf jeden Fall mehr Kaufvolumen, deutlich höheren oder besser gesagt einen impulsiven Move nach oben hin, um diese ganzen Zonen zu durchbrechen. Ansonsten auch hier erstmal Seitwärtsphase, Konsolidierung möglich, was jetzt nach so einem Drop jetzt auch wieder gar nicht so verwunderlich ist, bis wir dann vielleicht hier dann irgendwann einen Breakout schaffen. Ansonsten Supportzone nach unten, 2.400 US-Dollar ist auf jeden Fall auch noch im Bereich des Möglichen, dass wir hier nochmal einen Fakeout nach unten hin sehen und dann einen Breakout nach oben. Gut, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Nachdem die sich auch relativ gut erholt haben, Cardano, zwischenzeitlich hier bei 0,81 Dollar sogar gewesen, hat leider nicht unsere Zone hier unten bei 0,77 US-Dollar-Cent getroffen beim Monats-S1. Auch hier, wer hat ein krasses Abverkaufsvolumen, dann kam wieder Kaufvolumen rein, was sogar das letzte Kaufvolumen hier übersteigt. Aber trotzdem, auch hier von diesem Move bin ich noch nicht so ganz überzeugt. 4 Stunden E-Mail-Rubins jetzt erst einmal Widerstand, unser ehemaliges Key-Level wurde hier schon mal als Widerstand anerkannt. Wenn wir jetzt da wieder hingehen und wieder als Widerstand, dann besteht noch die Hoffnung, Inverse Head & Shoulders zu bilden, aber auch dafür ist es erst einmal zu früh. Momentan ist erstmal wichtig, dass wir uns jetzt auch hier erst einmal eine Konsolidierungsphase erstmal sehen. Schauen wir uns Solana an. Solana, klarer Downtrend, nachdem wir unser Head & Shoulders-Preistitel getroffen haben. Haben wir noch einen Retest hier in dieser Zone gesehen, neuer Bounce und jetzt sind wir sogar drunter gefallen. Auch hier, naja okay, hier haben wir sogar ein höheres Tief, haben wir nur minimal erreicht, aber auch deutlich abfallendes Volumen. RSI sieht momentan auch noch nicht so wirklich gut aus. Die 4 Stunden E-Mail-Rubins weiterhin Widerstand. Unsere übergeordnete blaue Downtrend-Linie ist auch noch aktiv. Müssen wir mal schauen, ob hier wirklich die Kraft ausreichend ist, damit wir hier einen nachhaltigen Breakout sehen. Wir haben jetzt hier noch eine 4 Stunden Supply-Zone. Die machen wir jetzt mal ganz kurz weg, einfach zum Verständnis. Die fängt bei ungefähr 94 US-Dollar an und geht bis ungefähr 95 US-Dollar. Würde dann auch hier in diesen Rahmen passen, wo der 200er SMA liegt. Diese blaue Downtrend-Linie, also hier kommt auch eine Menge, Menge Widerstand rein. Da brauchen wir auf jeden Fall Kaufvolumen und einen impulsiven Move, um ein Breakout nachhaltig wirklich sehen zu können. Ansonsten, V-Chain auch absolut im Downtrend. Kein höheres Hoch gebildet, weiterhin tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Also auch hier weiterhin in einem Clip und klaren Downtrend. Tief, minimal, tiefer sogar, also charttechnisch weiterhin in einem Abwärtstrend. Diese grüne Zone hier unten hält weiterhin, die anderen grünen Zonen können wir jetzt mal rausmachen. Die Support-Zonen wurden ohne Wenn und Aber durchbrochen. Dieses Key-Level hier drüben könnte noch interessant werden, sage ich mal. Huch, jetzt spackt es hier gerade ein bisschen. Dass wir hier wieder nachhaltig drüben kommen. Man sieht es hier, wir waren drunter, haben es versucht drüber zu kommen. Mit einem Doppeltop hat es leider nicht geschafft und sind wieder nach unten hin durchbrochen. Jetzt hält das nächste grüne Key-Level. Man sieht es hier drüben, war immer wieder Support hier drüben. Also schöner Retest damals gewesen. Jetzt sind wir genau wieder an diesem Key-Level. Also da wird es entscheidend, dass wir hier jetzt nachhaltig ein Bounce sehen. Ansonsten Kurse bis 0,035 sind auf jeden Fall noch möglich. Gut, schauen wir uns noch ein paar Metacoins an. Sand vor allem. Auch hier, der Abtrend hat nicht gehalten. Wir haben den sogar jetzt als Widerstand bestätigt. Kein gutes Zeichen. Vier Stunden E-Mail-Ribbons, minimal drin und sofort abverkauft. Also auch hier vom RSI haben wir auf jeden Fall noch Wachstum, Volumen. Kaufvolumen nimmt sogar etwas zu. Also hier besteht noch die Möglichkeit, dass wir hier zumindest mal wieder reinkommen in diese Zone bei 3,50 Dollar vielleicht. Und dann Retest dieses ehemaligen Abtrend sehen und dann vielleicht erst einmal ein bisschen konsolidieren, bis wir dann nachhaltig mal wieder nach oben steigende Kurse sehen. Also ihr seht, momentan ist es ein bisschen schwer, den Kurs wirklich vorherzusagen. Keiner hat eine Glaskugel, was geopolitisch noch sowas passiert. Aber eher so die Anzeichen momentan, dass wir eher so eine leichte Seitwärtsphase, Konsolidierungsphase nach diesen Abverkäufen sehen, ist nichts Verkehrtes. Tut dem Markt auch mal ganz gut, erstmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, nachdem am Montag noch jeder geschrien hat, der Dow Jones wird absolut abkacken. Was dann nicht passiert ist, ganz im Gegenteil, die Märkte haben wieder nach oben geschossen. Die haben ihre Gaps gefüllt, dann wieder ein bisschen konsolidiert. Also Konsolidierungsphase ist momentan wirklich nicht verkehrt. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Vitalik Buterin begrüßt den Kryptowinter. Ich glaube, das begrüßt keiner. Aber gut, es wird vielleicht ganz gut, um einfach mal ein paar Shitcoins aus dem Markt zu hebeln oder einfach mal von der Bildfläche zu verschwinden zu lassen. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten, wenn man hier in der Telegram-Gruppe ist. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann schauen wir uns noch die anderen News an. Kalifornien will Bitcoin als Zahlungsmittel. Ja, ein Staat nach dem anderen. Man sollte sich vielleicht nicht immer so medial ablenken lassen von dem, was uns im Vordergrund erzählt wird. Im Hintergrund passiert einiges. Kalifornien, es waren noch viel, viel mehr Staaten, die mittlerweile Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wollten. Bundesstaaten, wo man seine Textes, also Steuern mit Bitcoin zahlen kann. Also es kommt immer, immer mehr. Lasst euch nicht, sage ich mal, von diesen Vordergründigen. Jeder sieht diese Mails, diese News. Guckt weniger Fernsehen, guckt weniger Twitter oder was weiß sonst was. Achtet mehr mal auf so kleinere Sachen, die im Hintergrund passieren. Ansonsten verpasst ihr vielleicht den Anschluss. Gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nur meine eigene Meinung. Auf jeden Fall bullisch, dass ein Bundesstaat zumindest in den USA nacheinander das akzeptieren will. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen noch. Einen guten Start in den Tag. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen. Morgen wahrscheinlich dann. Also ich hoffe, nachmittags wieder. Beziehungsweise dann abends zum Livestream freue ich mich drauf. Ansonsten schönen Nachmittag. Schönen Morgen. Wir hören uns morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.